So, und willkommen zurück zu einem neuen Legend Gameplay. Und zwar in Ranked diesmal als Evelyn. Ich bin keine gute Evelyn, aber ich habe einfach Bock auf den Champion gehabt. Wenn wir gewinnen, bin ich in meiner Promo. Wenn nicht, ist es so wie immer. AP Kogma Supporter ist natürlich auch semi-geil. Wir haben eine Nasus, also egal, das ist natürlich auch kacke. Naja, wir werden schauen, wir werden schauen. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal Photoshop besorgt. Ich werde mal gucken, dass ich meine... Oh, ich habe nichts gekauft. Dass ich meine Thumbnails ein bisschen ansprechender für euch mache. Und dann auch kacke das Gameplay bringen. Aber ich finde, solange ich noch hier am Anfang bin und noch eh permanent am Labern bin, kann ich es auch so lassen. Wenn Games zu langweilig werden, lade ich sie eh nicht hoch. Oder wenn ich übel zart rein scheiß, dann lade ich sie eh hoch. Weil rein scheißen ist meistens lustiger als Gewinn. Zumindest für die Zuschauerschaft und... Let's go! Erwartet nicht zu viel von meiner Tante Evelyn. Ich bin nicht... nicht... gut mit der... Er ist nicht die Catelyn von letztem Mal. Da habe ich mich... Ja, Catelyn ist auf jeden Fall momentan relativ stark. Wir werden, glaube ich, erst mal bis Level 6 verrufen für den Power-Jungle vorausgerüstene Lanes und nicht mehr allein. Ich könnte jetzt mit die Vögel gehen, mache ich aber nicht. Weil ich habe irgendwie im Gefühl, dass der Reng ja von seinem Red Ruff zu meinem Blue-Buff kommt. Deswegen machen wir jetzt erst mal direkt unseren Blue-Buff. Danach gehen wir mit der Kommt weiter und... Das Kind ist sehr geil. Fällt mir sehr gut. Ganz sich auf mich nervt sind diese Geräusche bei der Q. Aber ansonsten... Sehr geil, das Kind. Ich habe nicht so viele, aber... Das Kind ist sehr gut. Durch das Leiden... Hm... Sehr schön. Ich brauche das mit den ganzen Leuten halt auch sehr, sehr, sehr hart. Die beiden sind die Evelyn hier. Die neue Evelyn. Hat auch eine bessere Jungle-Phase als die alte Evelyn. Ich kann es nie wieder kennen. Okay, jetzt trotzdem mal alle die Ganken. Okay. Ja, es sind zu viele Minions, da hat er recht, aber... Naja. Gut, dann halt nicht. Äh, er versucht zu stacken, oder? Ja, ich kann es nicht anpassen, oder? Ja, ich kann es nicht anpassen, oder? Ne, jetzt wird ihn rein. Do this. Ich kann es nicht anpassen, oder? Nein. Ah, ich weiß nicht, dass ich trotz der Nasus das Game den Garen eigentlich haben. Mal sehen, dass wir den Krufkoppel fliegen. geteiltes leid nein ich habe genug für alle jetzt probieren wir es noch mal die 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 ja ja alles gut ja ist okay ich gehe nicht leute ich bleibe das war jetzt vielleicht nicht ganz so so lucky aber er wird jetzt mindestens genauso schwer haben gehen mal für den bluesmals zuerst und schauen dann mal wie es läuft aber ich denke das wird schon irgendwie funktionieren solange die bot lane ist könnte das wirklich das wird es glaube ich im weltgamer holen können gar das hat ziemlich stark verkackt das scheiß garen ein paar champions in dem spiel sind einfach unerträglich garen finde ich geht sogar noch aber lau was ist die lau für ein champion triff mit der e und alles klar oder ja also ja so unschein es gibt viele champions gegen die ist mir egal ist mir eigentlich fast egal gegen den rechtschämen schon für den spiel aber wenn ich ja so oft erlernen ich kann es nicht gegen diesen champions spielen ich bin einfach zu dämlich dafür ich weiß es nicht ich kriege es nicht hingegen diesen scheiß champion zu spielen zu 90 prozent gehen ja so außer wenn ich morgana spiel mit morgana zu enden ist auch ziemlich schwierig früher waren die todes qualen zu viel für mich ab heute kriege ich heute kriege ich komm schon bis dann leute ich bin schon auf level 6 einfach sich nicht zufrieden das ist richtig cool ich bin auf level 6 mal nach sparen da kommt er gleich erst ab das brauche ich aber auf jeden fall das ist ja genau nach dem richtigen so schön ist das genau so dass ich in ruhe fahren kann eine laine int ist ich glaube an den komm ich nicht dran probieren wir uns das gibt vielleicht oder auch nicht aber sonst der renner nicht da ist sehr 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 geil immer schön die Buffs mitnehmen von den Gegnern ja ich muss auf die Top lane der Nase ist ziemlich steil die Lane Gang ein kleiner Stich gereicht dein Team hat einen Team zerstört ja 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 mach mal gleich erstmal kurz die Top lane gangen der Mond sagt nein ja er hat echt, er hat vollkommen recht ich bin schon recht zieht egal wenn wir wegschmerzen wird dir falsch aber ja mein Finger tut immer so weh wenn ich zu irgendein spiele ja früher hat ein kleiner Stich gereicht in vor ja ja Robin was soll jetzt an Lacky was wir uns im Dunkeln zuflüstern ja was hätte ich denn machen sollen auch sterben das war jetzt an Lacky jedes Lächeln wartet nur darauf zur Gremi Masse zu werden ja es wappt einfach und gut ist genau weiß ich was mit egal erfüllt ihm seinen Wunsch hauptsache er filtet nicht und findet rein bin da eben auch noch mit sehr viel mit rausbekommen muss ich halt auch recht sagen aber so leicht bin ich nicht zu haben hm überlassen wir gar nicht nicht Tana gehüpften wahrscheinlich Tana weg so Bob Krabbeler ich habe mal vom Frieden gekostet war aber nichts für mich euer Turm wurde zerstört wieso ist denn der fucking Rengar jedes Mal da blutrausch naja komm her warte mal wer noch mehr möchte oh Gott was ist denn los wieso taucht er denn jedes Mal auf wenn ich ganken will Mann kennt Ah ich bin engar Mann ja lass lass bei sowas einfach nicht belabern verliert keine Zwei Garn können wir auf keinen Fall feiten oder anderen 2e anreifen was er nicht weiß macht ihn noch nicht heiß ich wollte den drachen machen gehen aber alleine ziemlich schwer ich mag die die heute kriege ich nicht genug Oh cool Der Garen ist halt Schwierig Wir sollten Ich glaube ein bisschen zu standardig Ich einfach Unser kleines Geheim Natürlich Oh Gott Donias Das ist 100 pro Ein fucking Garen, man Spin to win Das war doch klar Scheiße Ich bin nicht gut Ich weiß aber Das ist ja einfach nur wieder Ich bin nicht nur wieder Ich soll gleich mal helfen gehen Obwohl wir seit mal einfach den Drak machen gehen Wenns geht Wie geht denn musst du es irgendwie carryen Nein, nein, nein Ich suche nur nach dem richtigen Oh, ich bin weg, dass ich dann meine Zolo machen kann Ich bin weg, dass ich dann meine Zolo machen kann Ja, das ist jetzt halt ziemlich anlagig, aber ich habe das auch bekommen in den Namen Der Garen Dein Ziel ist das Gegenteil wirklich im game weg Und weg hier Leben ist Leiden Sofort Aber es war wie im letzten game Genau in der letzten Aufnahme Der Mumu Der hätte ich gedacht, okay, wir haben den Drake verloren, dann nehmen wir den Harald Hätte ich jetzt vielleicht auch dran denken müssen Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, dass wir das hier sind Oh mein 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 Oh 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 mein Oh 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 Nein, immer direkt dieser Scheiß-Surrender-Wort. Ne, wir gehen nicht Litch-Ban. Hätte ich doch lieber wieder einen Tank-Jungler spielen müssen. Der Nase ist halt schon sehr trotzlos. Das ist das Problem. Das ist wirklich gut. 6 hat er, ja. Also ich weiß nicht wie man beiden. 92 Farben, 206 haben kann es 255. Naja, von mir aus. Ja, was ist das? Silence, ich wollte doch nur ulten. Oh. Schlecht! Also, der Nase ist das. Exklarat. Irgendwann geht's halt so weit, dass keiner von uns mehr den Garren töten kann. und probieren drachen zu kriegen ja das ist ja schon wieder es ist schweißig mein gegner ist legendär meine verflossen sind alle tot oh thank god wo ist das hingelaufen ja 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 ich hoffe zu meckern ich bin selber nicht so gut gerade ich gehe trotzdem mal den scheiß Drake holen okay ich bin dran Nasus muss halt stacken ey er hat in 2 minuten 20 Stacks geschafft wie diese Kurven sind echt äh komm schon Ich sauge den Schmerz auf. Der Rest kann weg. Ein Stückchen hin. Die Nacht ist mein Schleier. Dein Gebel ist neben dir. Nasus macht das halt extrem, extrem dämlich. Tausend Schreie haben mich in diese Welt gebracht. Was ist da ein Armee? Ich kann den Stück nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen, weil ich einfach der Silenced bin, mein Scham nicht auslösen kann. Wir können das auf jeden Fall noch gewinnen. Wir müssen nur... Mal gucken, dass wir den Garen nicht mehr falten. Wir können den nicht mehr töten. Wir müssen irgendwie die anderen killen. Dann... Das ist schwierig, wir haben halt... Der Kalb in der Nase ist nicht nutzlos. Ohne Schmerz. Wüssten Sie mich was gewesen? Naja... Lantert einfach alle rum. Ist ok. Was willst du von mir? Hast du schon was zum Silenced gehört? Also... Ja... Der spielt Kopfmann sofort. Halt den Maul. Nein, nein. Da ist der behindert. Oh geil. Ok, gar nichts. Nein, nein. Ich bin ja. Ich bin ja. So ähnlich bin ich zu haben. Ich bin ja. Oh nein. Oh nein. Wichtig. Ich bin ja. Was ist das nicht so? Oh nein. Ich bin ja. Das ist leider ziemlich overleute. Schade. Aber naja. Kannst du nichts machen. Manchmal ist es halt so. Wie ist es? Manchmal verlieren wir. Manchmal geben sie eben nicht mehr. Wenn die Harch-Egg is loaded, sind wir trotzdem noch nicht gut. Ich bin gar nicht verbunden. Ich bin gar nicht verbunden. Ich bin gar nicht verbunden. Der ist ziemlich balanced. Können wir wirklich so rennen, Leute. Da können wir. Das ist wirklich schön. Ich bin gar nicht verbunden. Das ist auch schon bei der Bicke. Na ja, oder einfach gar im Wannenbein, Alter. Ich bin natürlich auch nicht gesehen. 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 Ich bin einfach nicht. Ja, das ist was wir machen. Wir können ihn töten. Na ja, gg, da habt ihr den Lucy, den ihr wolltet, Leute. Macht's gut.